Also gut, ein Spiel, zehn Riesen. Los geht's. Fünf. Den Mutigen gehört die Welt. Den Klugen gehört die Welt. Das werden wir noch sehen. Hi. Tut mir leid, dass ich störe. Mein Name ist John. Ich bin ihr neuer Nachbar. Das ist Mark, mein Mann. Das sind Sean und Christina. Hi, Christina. Sie beide sind ein lustiges Gespann, so verschieden. Sie müssen nicht vorgeben, Freunde zu sein, um das zu tun, was sie tun. Sie können rauben und stillen, auch ohne Freunde zu sein. Wer sind Sie? Ich verstehe nicht. Beantworten Sie die Frage. Hey. Bitte, hinsetzen. Es war Ihre Idee, nicht wahr, Sean? Wären Sie jetzt bitte so nett und bringen mir das Geld, wegen dem ich hier bin. Ich gebe Ihnen drei Minuten. Wenn das Geld bis dahin nicht hier ist, dann schneide ich Shons Finger einen nach dem anderen ab. Tick, tack. Ah, Scheiße! Die erschießen ihn mit seiner eigenen Waffe. Du meinst das wirklich ernst? Wir müssen uns die Hände ein wenig schmutzig machen. So Hände sind bereits schmutzig. Sean, heute ist Zahltag. Zweieinhalb Millionen. Das ist der Jackpot. Nein. Fünf Millionen Dollar. Das ist der Jackpot. Das war eine scheiß Falle, Alter. Sie müssen eine Wahl treffen. Entweder Ihr Geld oder Ihr Leben. Das war nicht so nettине. Wenn das Geld σας gibt,. Untertitelung des ZDF, 2020